Sie kriegt ein Stück Dönerfleisch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir Kenny was. Der war ja immer nett zu uns und jetzt haben wir ihn einmal verärgert. Ein Stück Dönerfleisch. Okay, wem geben wir jetzt noch was? Behalten die letzte Nahrung für dich? Gib die letzte Nahrung jemandem. Wir geben auch die letzte was? Oh, einige dieser Leute haben länger als ich ohne Essen. Sie sind diejenigen, die ihn brauchen. Hm, ich würde sagen, ne ihm nicht, der ist ja gerade erst neu, den kennen wir noch nicht richtig. Wäre es denn noch nett, ihr hier könnten wir vielleicht was geben. Die ist immer nett gewesen. Sicher, was brauchst du? Ich hab das Richtige getan. Okay, auch ihr, auch hier können wir kein Essen geben. Ich würde sagen, wir könnten mal die Zaun angucken. Hm. Wir geben ihm jetzt das andere zu essen. Here, eat something. Cracker und Käse geben. Thanks, Lee. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Hm, gib es Mark, Larry. Wir geben es auf jeden Fall Mark, weil Larry ist mir überhaupt nicht sympathisch. Ja, so ist es. Ja, das ist richtig. Und was solltest du tun? Schau, ich weiß nicht, was es ist, aber ihr zwei haben müssen, um zu versuchen, um zu zusammenzuholen. Das nur was ich muss tun, ist, um meine Kinder zu schützen. Und jetzt, das bedeutet, dass diese schmerzende Wall zu verabschieden. Also, ich würde es empfehlen, wenn ihr zwei, wenn ihr zwei gehalten und mich zurückgekommen solltet haben. Hm. Das war nicht so leicht, ist es? Ich habe nie gesagt, dass es war. Ich habe dich nicht verweigert. Ich weiß nicht, wie du hast die Kraft, um das jeden Tag zu tun. Ich habe keine Wahl. Hey, danke für mich und meine Familie. Ja, natürlich. Ich glaube, einige Leute werden nicht glücklich mit deinen Reisen sein. Du bist weg! Was ist mit meinem Essen? Es gibt niemanden. Du tritt immer Menschen so wie das, und deine Tage in dieser Gruppe sind nummeriert. Du wolltest sprechen, alter Mann. Ja? Ich sehe nicht, dass du auf dieser Wall arbeiten. Dieser alte Mann ist mir um... unsympathisch. Ken, bitte! Komm her, bitte! Er hat nicht gemacht, hat er? Er hat zu viel Blut verloren. Gott, verdammt! Ich bin zufrieden von dieser Scheiße! Ken, komm zurück! Es ist nichts... Es ist nichts... Es ist kein Gehen. Es geht, Kadja. Aber... Es braucht nur Zeit. Es war eine Runde. Das Mann, du hast, habe ich versucht, aber er nie wird überleben. Well, zumindest ist er nicht unser Problem mehr. Was für den anderen Kind? Lilly will wissen, dass er weg ist. Oh, scheiße. Weg weg weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Du okay? Ja, danke. Warum hast du ihn hier in der ersten Stelle gebracht, Asshole? Dad, calm down. Du werden uns alle getötet. Warum hast du uns nicht gesagt, er wurde getötet? Was? Er wurde getötet, und du hast keine Worten gesagt. Aber er wurde nicht getötet, ich versuchte. Du bist hier nicht getötet, kam zurück nach Leben und versucht zu töten meine Frau. Was? Was? Warte, ihr alle nicht wisst? Was zur Hölle bist du? Es ist nicht der Bitter, der es macht. Du kommst zurück, egal wie du sterben. Wenn du nicht das Gehirn zerstörst, ist das nur was passiert. Es wird zu allen von uns passieren. Wir sind alle infiziert? Wir sind alle infiziert? Jeder? Ich glaube so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich... All ich weiß, ist, dass ich jemanden schlafen, die, ich weiß, nie wurden. Als ich erst gesehen habe, wir waren alle in einem Gym, und alle glaubten, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich... Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein paar Pille. A viele von ihnen. Someone ging in die Mädchen die nächste Morgen, und... Gott... Entfernen! Entfernen! Woha, Frau, relax! Ich und mein Bruder... Wir... Wir wollen wissen, ob ihr alle können uns helfen. Ich sagte, Entfernen! Carly! Wir wollen keine Probleme. Wir wollen keine Probleme. Wir wollen nicht. Ich bin Andy St. John. Hier ist mein Bruder, Dan. Wir sind gerade für Gasoline. Es sieht aus, dass ihr Leute das Motel ist. Das ist gut, aber... Wenn wir ein Gas geben würden, wir würden vieles verletzen. Warum brauchen wir Gas? Unsere Ort ist verletzt durch eine elektrische Fence. Generatorer bieten die Elektrische. Unsere Generatorer bieten auf Gas. Wir haben ein Dairy Farm ein paar Kilometer über die Straße. Wenn ihr alle bereitstellen, zu reduzieren, wir können darüber sprechen, über einen bestimmten Traum. Wie geht ihr alle auf dem Essen? Wir haben viel bei der Dairy. Okay, wir gehen zum Makarai. Wir haben ein Geld. Wir bringen ein bisschen Gas zu dir, Dairy. In exchange, wir geben uns ein Essen für zurück. Wir sehen, wie es geht von dort. Sounds fair. Ein paar Gallen sollte einen unserer Generator für einen Zeitpunkt So, diese Dairy, ihr habt wirklich Essen? Sure do. We lost most of the cattle, but we still have lots of milk, butter and cheese stocked up. And with the vegetables we grow, we got plenty of food. It's nice to get away from that motel for a while. This Lily Kenny thing is starting to get ridiculous. Personally, I'd be happier if you started to take charge more. Kenny motiviert uns ständig. Kenny keeps us motivated. He believes in hope and knows how important it is for us not to give that up. I can't fault him for that. Or maybe you just don't want to be in charge. Well, not everyone thinks I'm so trustworthy. Because of your past. Does anyone else know? Nur du. Just you. Well, I haven't told anyone. Clementine knows. She was there, when we were talking in the drugstore and asked me about it. I couldn't lie to her. What exactly did happen with the scientist? Es war ein Unfall. It was an accident. I mean, I pretty much knew about the affair. Sometimes I wonder if I should talk to the group about it. You don't have to. Whatever happened before things went to hell doesn't matter anymore. Not sure everyone would see it that way. Maybe you're right. Listen, over the years I've reported on some pretty messed up shit. I've seen situations like yours a hundred times. It doesn't have to make you a bad man. Yeah. Oh, yeah. I really appreciate that. I mean, thank God Lee showed up when he did. Right, Lee? Yeah. Why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? I've grown up in Macon. I grew up in Macon. Right here in the heart of Georgia. That's what I like to hear. Y'all seem pretty settled in at that motor inn. Who's running things over there? I. Oh yeah. You guys have any questions? You come to me. How many people you got over there anyway? 9 with the children. 9 including the kids. You forgot Ben. Me? That makes it 10. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food and quite frankly we could always use it. extra help in hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for as long as I can remember, but now it's... You think you're gonna cut me out of this? Shit me down. No one's trying to cut you out of anything. You and Gary are always pumping this shit. Fucking bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Fuck you. You knew we were hungry. And you guys were keeping it off of yourself. There's only two of them. Oh no, there's a lot more. We ate it all. What are you gonna fucking do about it? Don't worry. Danny and I got you covered if something happens. But let's just wait this out and hope they move on. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Jesus! Asshole! The world out here has gone to shit. Come on. Let's get to the dairy where it's safe. Na gut. Und schon wieder sind wir auf einer Farm. Here it is. St. John Family Dairy. You all can see how he kept this place so safe. The fence keeps them out? You betcha. They fry like bugs in a zapper. We're pushing four thousand volts through that thing with generators and amps. I'm going to assume that's a lot. Gab es auch schon Unfälle? Ever have any accidents? Nah. It's safer here than out there. This place looks untouched. You never know the rest of the world is in ruins. It's worth protecting. Hence all the juice. I thought I saw y'all with company coming down the drive. Guys, this is our mama. I'm Brenda St. John and welcome to the St. John Dairy. This here is Lee. He's from Macon. A couple of our old farm hands were from Macon. They grow on good there. They got a few more friends staying at the old motel. Oh my goodness. That place is pretty vulnerable. Have you got someone with survival experience to lead your group? I've got things under control over there. Well, I hope you know what you're doing. That place isn't safe like it is here. Now that y'all are here, we'll make sure you're safe and comfortable. Gilt dieses Angebot auch für den Rest von uns? Does that offer apply to the rest of us? We're all incredibly hungry. These are for y'all. Bake fresh this morning. Amazing. Can't get stuff like that anymore. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully, Maybelle will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? What's she- We have a vet. We could bring her here. We can help you folks out. A vet? Oh my! Our prayers have been answered. Maybe our whole group could come. For the day. Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry souls. It'll be nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip over here? Might want to take someone with you. Remember, those roads can be dangerous. I can handle myself. Take this. Why don't you go ahead and take Ben along anyway? Take care of yourself, Lee. See you in a while. Mark, Lee. Why don't you take a look around? Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's got food. And that fence? Oh man, that fence. If we play our cards right, this might turn out to be a place we can stay. So how do you want to play this? Sorgen wir dafür, dass es hier sicher ist. Before we can think about bringing our whole group here to stay, we need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Right. Obviously they think it's safe. But is it safe enough for the kids? I noticed a broken swing over there. Not a big deal, but maybe there's other things not working that we just can't see yet. And checking the fence perimeter sounds like a decent way to get a good look at their defenses. Alright. I'll keep my eyes open and you find out what you can from Andy. Okay, dann wollen wir uns hier doch mal ein bisschen erstmal umsehen. Ne, durchs Tor gehen wollen wir erstmal nicht. Okay, das machen wir auch später. Hm, das haben wir hier sonst noch. Oh, was ist das denn? Die Schaukel. Wollen wir doch mal gucken. Darf ich versuchen uns hier zu reparieren? Das ist sicherlich das empfiehlt euch alle zu helfen. Es sieht aus, dass es nur ein neues Bord für das Meer braucht. Und ein paar Rumpen. Mache es sicher für Clem und Duck. Und lasst den St. Johns wissen, dass wir unseren Weg rundherum ziehen können. Okay. Was haben wir hier sonst noch? Kommen wir hier durch? Ne. Ah, der ist wahrscheinlich dann die Schaukel. Hm. Kommen wir da durch? Kommen wir da einfach so durchgehen durch die Lücke? Ne, kommen wir nicht. Okay. Wir gehen dann, würde ich sagen, mal hier durch den Zaun. Hey, äh, was hast du zu machen rundherum? Nichts. Äh, äh, nichts. Just giving yourself the tour, hm? Mind if I take a look? Sure, but, äh, why don't we do that after we tend to the perimeter? Na gut. Sounds good. Hm. Da ist ja noch die Schaukel. Wonder how much food they've got in there. Hopefully we'll find it. Na gut, dann ist diese... Äh, so ist die jetzt mal ganz kurz, ne Minute oder so kürzer. Und wir sind dann in der nächsten Folge von Let's Play to Walking Dead. Bis dahin. Tschüss. 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 Schuss bla внут dann.